So, und hier ist noch ein Neuzugang, das ist die Yoga. Die Yoga ist so 50 Zentimeter groß, ein Jahr ungefähr alt, noch sehr jung, hat ganz, ganz weiße Zehen und da kommt sie schon wieder zu mir. Die ist super freundlich, super verspielt, man sieht sie natürlich nicht so gut. Sie ist so schwarz, ein bisschen grau, ein bisschen weiß, aber sie ist super lieb, super buschelig, ein ganz, ganz toller Hund. Und möchte natürlich viel spielen, das finden sie ganz toll. Guckt sie euch mal an, kommt demnächst auf die Homepage, wie ein kleiner Buschelball. Yoga. So. Wie, super. Was ist das? Was ist das denn? Hier, dann zeig mal dein süßes Gesicht. Sieht aus wie Chewbacca. Chewbacca. Wir sind sehr, sehr glücklich. Bis zum nächsten Mal. Hahaha